heute bin ich zweitemal hier darunter müssen sie ich mein wetter ist gut zwar stark windig im westwind erst mal habe ich vier stück verloren das ist die zweite zucht oder beziehungsweise erste aber da haben die anderen schon die zucht eingestellt wo ich die gezogen habe der gehemmerte der hat auch schon einmal übernacht er der rot gehemmerte da der hat auch schon einmal übernachtet das aus die alte smoller sorte immer gespannt mit die braun kostanzug kriegst du wieder Wir haben hier eine seienhafte Sicht, ich bin gar nicht im Lohgebiet so gewohnt. Hier haben wir ein großes Gartencenter, Schlei. Das ist der Sanger, das hier gebaut wurde. Und mein altes Auto, 17 Jahre, noch ein Überbleibsel von meiner Firma. Ja. 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 Ja.